Guten Morgen Leute, ich bin gerade aufgewacht, wir haben jetzt viertel vor acht, ja ich stehe mal so drauf, das ist mein Zimmer und wie ihr seht, es ist morgens und ich habe mir heute überlegt, dass ich eine Morgenroutine drehe, weil sich das viele von mir gewünscht hatten und da ich das zu Hause aber mal irgendwie zeitlich nicht schaffe, habe ich mir gedacht, dass ich das im Urlaub drehe. Und ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Morgenroutine für euch. Ich habe jetzt mein Morgen eigentlich nicht anders als hier zu Hause, nur dass ich nicht zu Hause bin, also ist es eigentlich das Gleiche, deswegen hoffe ich freut euch und ich wünsche mir viel Spaß beim Bier. Ich würde sagen, es ist gleich, ich tippe jetzt mal an, dort schwenke ich mich und vor allem, es macht einfach viel Spaß so aufzuwachen, warte mal, ich zeige euch mal den Ausblick. Vor allem ist es so schönes Wetter und ja, ich glaube ich gehe heute mit, also ich gehe mit dem Honel am Agassi und es ist so schönes Wetter. Ich gehe heute mit Honel am Tag, ich mache heute mit Honel am Tag. Ah, das ist so schönes Wetter. Ich gehe mit Honel am Tag, ich gehe mit Honel am Tag ganz mir, aber ich finde gut, das ist so schönes Wetter. Aber ist ein bisschen Nikos und Nikos und Nikos-Wetter. Und ich bin der, ich gehe mit Honel am Tag, ich bin ja auch mit Honel am Tag die Hände. Hölle von Tag показывieren. Mann, ich bin ja auch mit Honel am Tag, ich bin ja auch mit Honel am Tag, aber wusste, was ich kein... Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bin jetzt fertig geschmollt und jetzt werde ich mich abziehen und dabei ist das mein Outfit for today und ich ziehe mich jetzt einfach mal so schön. So, jetzt bin ich angezogen und ich würde nur sagen, jetzt gehe ich wieder runter und ich hole die jetzt mal und dann sehen wir uns gleich unten. Oh, ich suche eine kleine Spakushuma. Ich suche jetzt noch die andere. Wo bist du? Oh. So, ich habe hier Spaß gemacht. So, Leute, ich habe jetzt auch mal zu essen, wenn es nicht ist. So, ich gehe jetzt wieder runter, gehe mit Gassi und esse ein bisschen frisch. Hey Leute, ich bin jetzt mit der Hund zurück und... Ja, draußen, wenn ihr mich sehen könnt, wir nicht so viel mit filmen. Und ich werde jetzt den Tisch stecken und werde euch hier um den Platz ziehen. Yes! Da, dann geht's. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich jetzt sicher. Und dann Milch. So, jetzt bin ich hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020